Hallo mein Name ist Legendenkiller und ich zeige euch heute wie ihr die Trophäe, die Post ist da bekommt Das ist eigentlich ganz einfach, ihr müsst direkt im Karrieremodus einfach nur auf X drücken und paar Spiele vorsimulieren Und dann wenn oben links wie hier zu sehen ist eine Nachricht erscheint, müsst ihr einfach nur Dreieck drücken So dass ihr dann direkt ins Büro kommt, wo die ganzen Nachrichten stehen und ja dann bekommt ihr die Trophäe auch Ist eigentlich eine ganz einfache Trophäe und ich denke mal das sollte jeder von euch schaffen Dann bedanke ich mich für's zu sehen, haut rein!